Warte, das möchte ich mir jetzt gleich mal genauer angucken. So, was macht er mit dem armen Clown? Jetzt kommt der Inspektor natürlich noch dazu. Ja, alles super, wunderbar. Willst du zugucken? Nein, gehst du wieder? Alles klar, wiedersehen. Oh, armer Kerl. Oh, es hat nicht geklappt, es war ihm scheißegal. Der Deprimator hat wohl nicht funktioniert. So, wie sieht's aus? Alles gut? So, wir könnten hier mal... Ähm... Unser Personal, hier so Aufgaben, verteilen. Krankenpfleger. So, du gehst in die Station. Dann bleibt... Bleibt ihr mal daraus fern. Du aus der Apotheke. Du auch aus der Apotheke. Wir haben drei Leute mit Apotheken. Ach, drei Leute mit Apotheken. Ähm... Wir könnten einen gescheiten Stationsarzt gebrauchen. Wir könnten echt einen gescheiten Stationsarzt gebrauchen. Nice! Obwohl hier überall verbaler Durchfall war. Ähm... Oh, da warten sechs Leute. Bitte. Bitteschön. Du arbeitest da! Meine Güte. Wir starten einen Kurs zu. Oh. Nee. Nee. Allgemeine Medizin 3. Oh ja, das hört sich gut an. Allgemeine Medizin 3. Dann arbeitet die hauptsächlich in der Allgemeinmedizin. Kurs starten. Was wollen die denn alle beim Psychiater? Ach, Entenschnute. Ich glaube, wir brauchen... ...ein... ...ein... ...zweiten Psychiater. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten Psychiater. Da. Wir haben noch einen Psychiater. Wunderbar. Da liegt Dreck rum. Ach, wir haben keine... ...die Finanzmittel. Pff. Ja, weiß ich. Objekte. Wir brauchen... ...Abfalleimer. Etwas, was ich durchgehend vergessen habe. ...abfalleimer. Natürlich liegt dann auch überall Müll rum, wenn man keine Abfalleimer hat. Das ist logisch. Notfallstation. ...kriegen wir hin. ...kriegen wir hin. ...kriegen wir hin. ...kriegen wir hin. So, sind es jetzt genug? Abfalleimer. ...kriegen wir hin. Telefon. Falls ihr euren Lieben erzählen wollt, wie krank ihr seid. Kranken Leute. Könnt ihr hier telefonieren. So. So, und jetzt müssen wir ein... ...bisschen... Ich wollte gerade sagen, kommen die etwa alle aus einem Auto. Ne, das kann ich nicht glauben. Unglaublich, so was mit dir. Merkmale, langweilig, Zustand, durstig. Oh, der macht Pause, alles klar. Ach, hier drin liegt auch der Müll rum. Da. Da noch ein Abfalleimer dazu. Quatsch, wir haben nicht zu viele. Wir haben wunderbar viele Pflanzen und die brauchen irgendwann... ...da sind sechs Leute. Da sind viele. Oh, ja. Ha! Ich habe eine Monobraue gekillt. Und eine Errungenschaft freigeschaltet. Fünf Monobiester. Klar. Befördern. Logisch. Oh, nice. Die haben wir zufriedengestellt. Yes! So, jetzt muss ich... ...Auge offen halten. Zusätzlich. ...für diese Monobiester. So, geht da jemand freiwillig hin oder muss ich noch einen Arzt einstellen? Wir haben gerade echt viele Leute. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh, hi. Wir hier sind. Ha! Eine Monob... Habe ich die nicht gekillt? Ich dachte, ich hätte sie gekillt. Tü-düm! Dann halt nicht. So, hier ist unglaublich voll. Alter Schwede. Alter Schw... Was ist denn? Ach du Scheiße. Warten hier viele. Alter Schwede. Sondermeldung. Oh. Drei von acht Patienten. So. Wir brauchen... Der ist tot. Egal. Ähm. Wir haben doch hier einen... Krankenpfleger. Du! Ah, halt, stopp. Du gehst da hin. Das kenne ich noch nicht. Wart ab, das kriegen wir auch noch. Diagnosebeschluss. Einige unserer Patienten, Timmy Zuckinger, hat all unsere Diagnose abgeklappert. Wir sind das mit der Diagnose aber nur zu 88% sicher. Wir können ihn bitten, zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind. Warten. Was wir bauen, hier drüben, ist die Kardiologie. Und dort lassen wir ihn auf der Tretmüde rennen. Alternativ am Trainingsgerüst. Schwitzen. Oder so. Wir brauchen ein Fenster. Er hat dieses Teil. So. Das dürfte mit ein Grund sein, warum wir nicht so viel Geld haben. Ha! Gotcha! So. Wir haben ein Diagnosezimmer. Da geht auch jemand hin. Wunderbar. Es warten so unglaublich viele Leute. Alte Schwede. Wir könnten noch weitere Dingszimmer bauen. Gucken, ob sich ein Arzt sich dazu bereit erklärt. Und die Leute dort behandelt. Oder ob wir jemanden zwingen müssen. Kaffee. Ja, ja. Sekunde. Sekunde! Apfel einmal nicht vergessen. Sonnenblume mitten rein. Wunderbar. Er ist ja jetzt schon wieder gestorben. Oh, da. Ha! 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 Hier ist ein Klo. Hier ist ein Klo. Genau hier ist ein Klo. Ha! Wir machen Plus. Sehr gut. Hier sind sechs Leute. Da sind auch sechs. Da sind auch... Nochmal. Okay. Ähm. Nein! Dammit! Dann lass uns doch dieses Teil kopieren. Und da hinsetzen. Wir haben nicht zu viele Hausmeister. Wart ab. Das geht hier gerade erst los. So, hier können wir noch ein kleines Hausenzimmer hinbauen. Einfach nur ein kleines. Dann können die da... Oh. So, wunderbar. kriegt hier noch eine Sonnenblume in die Ecke. Und vielleicht noch den ein oder anderen Spind. gut. Sind wir noch ein Sofa hinzufällig? Nee. Aber ein Sessel. Oh. Ja, wir sind halt auch einfach cool, ne? So. Wunderbar. Ein paar Goldsterne, um die Prestige ein bisschen hoch zu setzen. Bitteschön. Dann macht doch schon jemand Pause. Gut. Was willst du? Lykantropie. Apotheker. Alles klar. Passend zu, Halloween. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. So. Oh, was ist denn mit dir los? Auf die Apotheke. Du bist auch als nächstes dran. Armer Kerl. So. Das läuft, das läuft. Wir machen langsam, aber sicher machen wir plus irgendwie so ein bisschen zumindest. Warum liegt da Müll rum? Nein. Wir starten einen Kurs. Und zwar, wie wär's mit nem... guten Psychiater. Was haltet ihr von nem guten Psychiater? Das find ich gut. Wir könnten gleich zwei weiterbilden. Die fehlen uns dann zwar zwischendrin. Aber das ist okay. Ärzte. Den setzen wir hier hin. Nur für die Zwischenzeit. Nur für die Zwischenzeit. Ziele. Okay. Schön. Bis zum nächsten Mal. nghiются. Tschüss. Bitte, gib halt. Ärzte. Sühe.